Das ist unser Highlight, hat ca. 120 Quadratmeter, ist ein sehr schöner geräumiger Wohnraum mit einem Kaminfeuer, großen Flat TV, zwei Schlafräume jeweils mit einer Nassenheit. Das ist der Junior Schlafzimmer, hat eine eigene Dusche, hinten und einen Waschtisch und WC und Bidet. Und dann das nächste Raum ist das Masterbettrum mit kleiner Garderobe, einen kleinen Schrankraum und hier das Schlafzimmer, wo man auch von der Seite auch den Kamin, das Kaminfeuer, das ist ein Effektfeuer, sehen kann. Also das kann man sowohl vom Wohnzimmer als auch vom Schlafzimmer sehen. Und die Besonderheit ist dieses besonders großzügige Bad, am schönsten Punkt, das Wild mit einer großen freistehenden Badewanne. Da kann man, wenn man in der Badewanne sitzt, heute leider nicht, weil es Wolkenfangen ist. Sonst hat man hier wirklich einen schönen Blick auf der Mai auf den Hausberg, auf den Grünberg, sieht die Seilbahn. Da ist man auch frei von irgendwelchen Einblicken, hat schöne Alkofenbetten. Hier einmal, wo man auch eine schöne Aussicht hat. Hier nochmal eine kleine Alkofen, wo man auch einen kleinen Fernseher hat, wenn man schauen möchte. Eine Dampfdusche, also die, wo man auch ein Dampfbad nehmen kann, ist da auch noch mal zur Verfügung. Eine besondere, geräumige Terrasse, Sonnenterrasse. Die Denkenbahn, jetzt ist leider alles im Nebel. Aber in der Früh war Sonne, also in der Früh war Sonne, gell? In diesem Ecktisch, hier kann man, wo man sich mal zusammensitzt, vielleicht plaudert, Karten spielt oder auch immer was isst, gell? Und hier dieses bequeme Sofa, zum Fernsehschauen oder einfach nur zum Entspannen. Da ist auch noch eine kleine Hausbar da vorne, wo man dann ein bisschen Getränke noch vorhält.